Hallihallo! Ich spazier hier gerade mit Max zum Mount Eden. Also eigentlich sind wir schon dort, aber noch am Fuße des Berges und wir gehen auf die Spitze und ich war dort schon mal mit Jana ganz am Anfang als wir nach Neuseeland gekommen sind, aber da haben wir nie ein Video gemacht, immer nur Bilder und deswegen ja da nutze ich jetzt noch mal die Chance mit Max hier hoch zu gehen und ja zeig euch die Aussicht, weil die ist von oben ziemlich cool, also schaut es euch an! So, wir haben es geschafft, sind auf der Spitze angekommen und von oben sieht man dann ganz Orkland. Musik 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 Es ist schon richtig schön hier. Die ganze Stadt sieht man. Den Sky Tower hinter mir ist da. Und auch One Tree Hill wo Jan und ich schon mal waren. Das ist dann dort hinten. Ich weiß nicht ob man die Säule jetzt auf dem Video sieht. Äh ja. Und überall mehr. Und wir werden uns jetzt hier irgendwo hinschillen. Vielleicht wo uns nicht so die knallende Sonne ist. Max hat nämlich schon Sonnenbrand von gestern gekriegt. Büschen nicht viel. Ah. Ja. Gut. Dann. Tschüss. Tschau tschau.